Sie hören »Heute schon für morgen träumen« von Laurie Nelson Spielman, aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Fischer, gelesen von Eva Gossiewicz und Regina Lemnitz, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Emilia, heute Blinzelnd öffne ich die Augen und bin sofort hellwach, als hätte ich den Tag im Schlaf schon erahnt. Die Sonne fällt durch die Schlitze in den Fensterläden und irgendwo auf den Feldern der Toskana brummt ein Trecker. Ich stütze mich auf die Ellenbogen und schaue zum Schreibtisch hinüber, wo sie mir von einem Foto entgegenlächelt. In einem knallgelben Regenmantel und violetten Schal steht meine Großtante zwischen mir und meiner Cousine Lucy auf den Stufen der Kathedrale von Ravello. Wir haben die Arme umeinander gelegt. Mühelos stützen Lucy und ich die zierliche Gestalt in unserer Mitte. Zu stolz und, ja, auch zu eitel, um auf dem Foto eine Kapuze zu tragen, hängen Regentropfen in ihren silbrigen Locken. Ich gehe zum Schreibtisch und nehme den Rahmen in die Hand. Herzlichen Glückwunsch, Tante Poppy, sage ich und drücke einen Kuss auf das Glas. Schnell putze ich mir die Zähne und tappe dann über den Flur der Casa di Fontana, des alten Steinhauses in der Toskana, wo meine Großtante Poppy und meine Großmutter Rosa zusammen mit ihren Brüdern aufwuchsen. Ich gehe in Richtung Küche. Der glänzende Holzfußboden fühlt sich kühl an unter meinen nackten Füßen. In der Küche gieße ich dampfend heißen Kaffee und frische Sahne in einen Becher. Draußen steigt Gabriele aus seinem Lieferwagen. Als er mich durch das Fenster erblickt, grinst er herüber und schickt mir einen Luftkuss. Den Kaffee rührend schlurfe ich durchs Wohnzimmer und versuche, mein Herz von dem Gewicht zu befreien, das sich darauf gelegt hat. Heute soll ein Freudentag sein. Ich steige über einen halben Dinosaurier aus Legosteinen hinweg und gehe zur Verandatür, die auf die Terrasse führt. Eine warme Brise streicht mir über die Haut, als ich hinaustrete. Vor einer Gartenlaube, die mit rosafarbener Bougainvillea und Ranken überwuchert ist, sitzen meine Cousine Lucy und ihre Freundin Sophia an einem kleinen Eisentisch und trinken Kaffee. Was für ein schöner Anblick. Sophia steckt die Nase in einen Roman, während Lucy die nackten Füße auf den Stuhl vor sich gelegt hat und zu einem Persimonenbaum mit seiner herbstlichen Tracht aus orangenen Früchten emporschaut. Über den Weg aus Steinplatten gehe ich zu ihnen. Als Lucy mich sieht, grinst sie mir entgegen. Na endlich, sagt sie und steht auf, um mir einen Kuss auf die Wange zu drücken. Jemand zum Reden. Sie weist mit den Daumen auf Sophia. Die legt ihr Buch ja keine Minute zur Seite. Stör mich nicht. Sophia hebt die Hand, ohne aufzusehen. Lächelnd setze ich mich zu Lucy und schlage die Beine unter. Als ich den dicken, türkisfarbenen Umschlag erblicke, der an einer Vase mit Kornblumen lehnt, bekomme ich Herzklopfen. Perfektes Wetter für Tante Poppys Geburtstag, bemerkt Lucy. Emilia, 14 Monate früher. 72 Cannoli-Röllchen liegen zum Abkühlen auf dem Gitter vor mir. Ich drücke den Saft aus den klein gehackten Maraschino-Kirschen und hebe sie vorsichtig unter die Mischung aus Sahne, Ricotta und Puderzucker. Durch ein längliches, verspiegeltes Fenster kann ich von der Küche in den Laden sehen. Heute ist es ruhig in unserem Familienbetrieb Delikatessen Lucchesi in Brooklyn. So wie jeden Dienstag. Meine Großmutter, Nonna Rosa, steht hinter der Feinkosttheke, rückt die Schalen mit Oliven zurecht und schichtet die eingelegten Paprika und den Schafskäse in den Edelstahlbehältern um. Mit einem Tablett geschnittenem Prosciutto in den Händen stößt mein Vater die Schwingtüren mit dem Ellenbogen auf. Dann stapelt er den Schinken mit einer Zange zwischen den Pancetta und den Coppa in die gekühlte Fleischvitrine. Vorne im Laden, an der Kasse, sitzt meine ältere Schwester Daria auf einem hohen Hocker mit dem Rücken an die Süßwarentheke gelehnt und tippt mit den Daumen eine Nachricht in ihr Handy. Wahrscheinlich beklagt sie sich bei einer Freundin über ihren Mann Donny oder ihre beiden Töchter. Ich mache mit den Cannoli weiter, spritze die Creme in die sechs Dutzend Röhrchen. Es dauert nicht lange, da vergesse ich den Duft des Gebäcks und bin ganz weit weg. im englischen Summer Vielen Dank.